Das letzte Zeichen der Bewährung. Ah, das ist das letzte Segenslicht, das dich erfüllen soll. Begib dich nun zum Tempel der Zeit, dort wirst du etwas Nützliches erhalten. Uh. Es ist eine Sidequest, wenn du also alle Sidequests machen wirst, musst du das auch machen. So, Tempel der Zeit, ich komme. Ich habe gerade gedacht, das Spiel stürzt gleich ab. Da gab es so einen kurzen Leck, den gab es vorher nicht. Hm, ob sich das lohnt. Oder man hakt es indirekt ab, wenn du sagst, ich will nicht alle Schreien sammeln, wenn die Belohnung nicht worth it ist. Weil ich glaube, die Krog-Dinger sind bestimmt auch eine Sidequest. Also ein offizierter Sidequest, kann ich mir gut vorstellen. So, ich bin da. Wo ist meine Belohnung? Wahrscheinlich da oben. Oh ja. Heldengeist aus uralter Zeit Wenn du den Geist des einzigen Retters von Hyrule in dich aufnimmst, wird dich die Aura des Helden umhüllt und du nimmst dein Aussehen an Was? No Das ist ja geil Das ist ja geil